Pana, ein Wort in der Tora, das so viel bedeutet wie sich wenden, um zu gehen, den Rücken zukehren. Der Pharao zum Beispiel, als Mose zu ihm gesprochen hatte, wandte sich und ging heim und nahm es nicht zu Herzen. Es kann bedeuten, sich wenden, um zu schauen, hier und dorthin. Mose schaute sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter. So heißt es in 2. Mose 2. Hören die Hebräer das Wort Pana, ist es eher ein Zustand, der Fragen aufwirft. Wenn die oder der jetzt geht, sich zurückzieht, was und wer bleibt dann für mich? Oder ängstliches Umherschauen, ob man von anderen beobachtet wird, sich unter Druck und Angst befinden. Pana allerdings ist auch die Wurzel des Wortes Panim. Das wiederum heißt Angesicht. Ist Panim auf einen Menschen bezogen, ist es der Spiegel seiner Seele. Und dieser Spiegel lässt auf seine seelische Verfassung schließen, spiegelt seine Stimmung wieder, seine Gesündung oder sogar seinen Gesundheitszustand. Unter Panim kann man ein betrübtes Gesicht verstehen, ein verdrießliches Gesicht, mangelndes Wohlbefinden, traurig, finster. In den Gesichtszügen äußert sich Beschämung und Mangel. Scham sieht man im Angesicht, im Panim, wenn man sein Gesicht verloren hat. Aber auch ein leuchtendes Angesicht, strahlend heiter, wohlwollend, wohlgesonnen. Wir wissen, so viel kann unser Gesicht entstellen oder erhellen. Und das sagt dann alles über uns. Interessant ist, dass Panim nun aber auch das Angesicht Gottes bezeichnet. Die Besonderheit, nie zeigte sich Gott von vorne, quasi von Angesicht zu Angesicht. Aber er schafft uns zu seinem Ebenbild, mit seinem Gesicht. Und Mose erlebt dieses Gesicht Gottes. Mein Gesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Aber wenn jemand vorausgeht, das Gesicht nach vorne gewandt ist und andere folgen ihm, dann kann man das Gesicht ja nicht sehen. Auch das bekommt Mose erklärt. Mein Gesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Das ist alles ein bisschen ambivalent und kompliziert. Denn wenn man dem anderen nicht ins Gesicht schauen kann, weiß man nichts über seinen Gemütszustand. Ist er zornig, ärgerlich, abgewandt oder ist er freundlich, wohlwollend und zugewandt? Interessant ist auch, dass im Aaronitischen Segen der Segen im Konjunktiv gesprochen wird. Möge Gott sein Angesicht leuchten lassen über dir. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Es bleibt eine gewisse Unsicherheit. Was genau steht denn Gott jetzt ins Gesicht geschrieben? Wie und was denkt oder fühlt er? In dieser Unsicherheit muss der nicht verharren, der weiß, mit wem und wann Gott sein wahres Gesicht gezeigt hat. Jesus sagt, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Im Angesicht Jesu erkennen wir das Angesicht Gottes. In seinem Handeln und Denken offenbart sich das Wesen Gottes. Das Angesicht Jesu war zugewandt. Von Angesicht zu Angesicht sprach er mit Sündern, mit Kranken, mit Asozialen, mit Ausgegrenzten. Keinem kehrte er den Rücken zu. Und indem er sein Gesicht zeigte, erblickte man darin auch das Angesicht Gottes. Es wäre eine große Aufgabe in aller Künstler der Welt, die Gesichter derer darzustellen, die nach der Begegnung mit Jesus mit erhelltem, fröhlichem Angesicht weitergingen. Sorgen, Falten haben sich geglättet, harte Gesichtszüge haben sich erweichen lassen, Traurigkeit ist gewichen, Augenränder und Tränen sind nicht mehr. In aller Unsicherheit, in aller Ambivalenz und in aller Zweifelhaftigkeit dürfen wir beten, glauben und wissen, du, Gott, bist freundlich zu uns und treu und geduldig. Und du regierst alles mit Barmherzigkeit. Wenn wir auch sündigen, gehören wir doch dir und wir kennen deine Macht. Das tut gut. In diesem Sinne. Shalom.